Musik Ja, lass uns mal zum Anfang das 2.1 Man, du Schieken! Ja, da komm ich nicht rein. Ich muss dagegen rufen. Wann darfst du dich mit deinem Schwerk so Laser-Taschen ineinander vermachen? Ich kann! Das war doch nicht wie du passen. Das war doch nicht wie du passen kannst. Das ist doch kein Laser-Schwert. Sieht das auch wie ein Laser-Schwert? Sieht das auch wie ein Laser-Schwert? Ja, da kommst du aber glaube ich nur mit... Herz-Continue. Herz-Continue war da für ein Stück. Können wir uns doch schon mal ein Viertel-Herz kriegen. Viertel-Herz. Ich hab keine Ahnung, wie man da runterkommt. Viertel-Herz. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich hab's jetzt hier in die Schrift falsch. Ju. Oh, kein Kustfall. Du musst ja nicht spielen, du kannst sogar so reingehen. Das ist gar kein Publikum. Ich will gerne das Ding haben, den Stall, der will nicht selber sprechen. Der Typ, der sagt mir, dass ich da ohne Punkt üben könnte. Ob das jetzt deutlich ist, den roten Stall zu fressen. Nun bekommst du zu viel. So gut. Ja, ich weiß ja, die Gorgoren? Weißt du sie? Geroen. Wollte ich auch nicht, wenn euch auch Geroen ist. Warum? Ja, ich hab mein Problem, wir sind totgerichtet. Die Nachwuchsbeschaffung. Er ist angeklebt. Er ist versperrt. Gennendorf ist schuld. Der Arsch. Gute Ends rauspiepen. Juhu. Schade. Welche Leser habe ich mir das meiste Mal aufgeschrieben? Ja, hast du. Welche steht da? Hast du? So, dann war auch die Gefahr aufzuhören. Der sagt jetzt irgendwas, das ein anderes nicht braucht wahrscheinlich. Alles nicht mehr. Men of Asus, ich gebe einfach den deutschen Bildschirmtext. Ja. Gott sei Dank, ich bin ständig bei den deutschen Bildschirmtext. Oh mein Gott. Was hat der denn jetzt sonst zu sagen? Oh mein. Ja. Ich komm nicht weiter, weil der nun scheiße hätte. Was will das von mir? Oh mein Gott. Du Dungos. Hätte war schlecht. Ob sie ihn bleiben? Wann darf er noch mehr haben? Ich weiß, was du jetzt nicht für deine Gamecube hast. Welches? Das Mikrofon. Ja, das Mikrofon, den Wavebird-Controller. Die fehlen noch. Mhm. Aber ich habe einen Freibrand. Ich habe einen Gamerplayer. Ja. Noch nicht. Doch. Wo? Nein, ich auch so. Wie ist das da? Wie komme ich denn jetzt hier weiter? Ja, ein super Gameboy. Wie ist denn der Gameboyplayer? Wo ist eigentlich das Schild aus, wenn du gekauft hast? Hm? Weil ich noch nie das Schild brauche. Das ist ja schon. Ah, toll. Ich wollte mit deinen komischen Spagen-Einheiten machen. Oh, jetzt kommt immer noch ein Divi dran. So, da waren wir zwei. Mann! Dreh dich mit. Ah, ist so geil. So. Wie gehen das denn jetzt weiter? Okay, noch mal so ein bisschen Bocken machen. Genau. Oh. Damit ich da die Atemgüste nicht kriege. Genau. Zum Störern. Ist das wirklich viel? So. 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 Ist es der Gang? Nein. Oder der? Du weißt genau, welche gerne du gehen willst. Jetzt haben wir aufhörlich taffiert was von geworden. Nein. Das fand ich wohl mal eines der besten Lieder. Aber es ist schwer auf der Karte mehr für Spiele. Ich hab da zweimal sie rausgesprungen und ich dachte, es geht aber doch. Ich setze sie mit Mastercressor dazu mit ein. Ich hab da auch was lassen. Nö, kommt erst wenn du erwachsen bist. Oh shit. Ja. 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 Ja, da waren noch Robine drin. Ich gehe raus, es geht damit zu machen. Ich dann auch noch mal mehr Perdue. Ich verstehe mir mal genau, ich verstehe mir mal. Es soll ja nicht sagen, mir machen wir noch nicht zu lassen. Es soll ja nicht so. Es soll sogar noch mal passieren. Es soll das denn sein. Es soll zu machen. Mew! Mew! Komm! Gerne! Mew! Mew! Leiter eigentlich erzeugt das Lied? Was? Leiter eigentlich erzeugt das Lied? Mew? Doch, ja. Sonst komm ich nicht weiter. Der ist ja so traurig und so. Und Kummer. Also der Anführer der Corona. Das kann ich nicht aussprechen. Wir haben gelassen. Ich hab auf dich gewartet. Mew! Hast du auch Staub angesetzt? Wie die Heide? Wie die Heide? Wie die Heide? Die heilige Lichtung. Dieser Ort wird vor uns eine Heide von Schicksal der Bedeutung sein. Ja. Vielleicht? Warum solltest du ihn eins sagen? Warum solltest du ja sagen? Weil das Lied geil ist? Argument. Wirklich? Oh, der ist... Vor allem braucht nur die nächsten Noten, um das gesamte Lied zu können. Ja, Mann! Oh, wunderschön. Ich hab das Lied nicht vergessen. Ich hab das Lied nicht vergessen, ja. Ich hab das Lied nicht vergessen. Kurz dann konntest du den Menü da mal angucken. Merkwürdigerweise, die Lieder hab ich noch alle im Kopf. Aber die von Windberg hab ich alle vergessen. Von Windberg aber ja auch. Der Taktstoff des Windes. Alles vergessen. Doch den Taktstoff nach oben, rechts, links oder so. també unterschären. Wack. O kann ich es nie sehen? Die Wo war ich da' auch so behindern? Wo ist da drin? Nein. Das ist oben. Wir habenattcopy aufgelassen. Bei mirwillig jemandinein Vacuum. Das Lied scheint von Geheimnis und Krebs zu sein. Für alle Lieder, irgendwie. Alle Lieder, die du lernst, werden dir im Schlag zum Jahr gezeigt. Lernen Sie, und du wirst sie häufig gebrauchen. Ja, ich lande wieder im Wald. Dann will ich auch wieder hin. Warte, 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 warte. Du, warte, 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 warte. Gib den Kumpel. Den müsstest du wohl auch noch kennen, ne? Ich hab's mal gesehen. Der Dirk, ey, ich kann mich bereit erinnern. Man kann nie zu wenig Dirkung haben. Aber das muss ich den Weg dafür hin zum Corona. Da ist er. Das war nicht so gut, was? Boah, ist jetzt auch schön. Amario. Naja, ich muss ihn wieder nicht mitverladen. Wie es wieder abgeht. Wie der abgeht. Da freue ich mich auf das 3DS-Remake, wie er dann da drauf abgeht. Und siehst du ja aus dem Bildschirm springen. Woher kommst du mit noch 3DS spielen? Das Remake. Ich probiere morgen erst mal direkt. Ich probiere nachher erst mal aus, wie man von Gamble abfügt. Wenn das klappt, dann werde ich alle 3DS in der Vorbereitung. Und macht das jetzt statt? Warum nicht? Ja, dann treffen wir uns und trennen uns die Augen. Cool. Cooler Sound. Sound, nicht Sound. Soll so. Bestellte Raum ist verflogen. Ihr könnt mich nicht mehr halten. Ich musste einfach tänzen. Ich bin da. Wo ist mich jemand da? Ja. Ich bin halt verkehrt. Vielleicht kannst du eine Sprungausgabe. Ja. Nein. Soll ich mich. Ja. Ja.